Hanna kommt! Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute treffen wir uns wieder mit... Mit Zip-Zap-Tune! Und zwar gehen wir in die Fun-Arena. Wir wollten eigentlich in den Hansapark, aber es regnet. Ein bisschen Wasser gefallen. Und dann haben wir uns gedacht, dann gehen wir in einen Indoor-Spielplatz und da wollen wir jetzt hin. Wir sind ein bisschen spät. Obwohl, eigentlich brauchen wir da nicht so lang hin. Mal gucken. Ja, was die Autobahn sagt. Stimmt's? Wir sehen uns gleich wieder! Bis dann! Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Aber es ist auch ein bisschen frisch jetzt gerade, ne? Ja. Aber wir haben keine Jacken mit, weil wir dachten, wir gehen ja eh gleich rein. Vorsicht Auto, Süße! Hallo! Wir auch! Wir standen nur im Stau! Schön, dass du da bist! Wir haben es leicht gefunden, ne? Ja, das war leicht, aber es ist echt ein Stau nachdem. Stau hatten wir nicht, aber wir hatten Baustelle, Baustelle, Baustelle. Ja, das ist ja die A7 runter. Hallo! Ist die Kamera an? Die ist an, ja! Ich lass die Polyme aus. Ja! Ich lass die Polyme aus. Ja! Kuckuck! Achtung, kriegst Besuch! Zwei Küken in einem Ei! Ja! Wo bist du? Wo ist sie? Hanna? Ja! Wo bist du? Hä? Wo ist sie? Hanna? Hanna! Hier ist schnell, ne? Hanna! Hier ist schnell, ne? Schnell hier raus! Oh! Oh mein Gott! Sie fliegt ja richtig! Ja, aber wenn du hier die drauf hast. Nimmst du mal die Kamera? Hey, ich bin nie seit 개나. ב�ifływγκε! Hu 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 hu! Hanna kommt. Oh 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 OOH! AAAAHHHHH! HUHMundACH! UH broader des Sus sleonest... Was ist denn die Heuerwachseneragt? Wir haben Papa gerade verloren. Jetzt heißt es, den zu suchen. Ich wurde verlassen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe schon überall gesucht. Wollen wir da wieder hoch? Wir haben Heiko wiedergefunden. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken. Nee? Wir wollen jetzt einfach mal gucken, was es hier noch so gibt. Nee, Schnucki, wir wollten doch eigentlich gucken, was es hier noch gibt. Hilfe! Das sieht aus hier. Kamera, 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 Kamera. Furchtbar, ne? Mit uns einer sieht. Jetzt kommt sie. Die wilde Hummel. Wie war das, Anna? Gut. Nochmal? Ich weiß, wie man hoch geht. Ja, dann geh hoch. Hiha! Das macht Spaß! Hiha! Ja! Tarzan. Kannst du auch so schreien? Ja! Oh-oh-oh-oh! Ja! War doch schon ganz gut. Jetzt sind wir doch die Andi-Rutsch-Socken. Ja! Oh-oh-oh-oh! Ah! Oh-oh-oh-oh-oh! Musst du da hochkrabbeln? Warte, ich halt fest. Ich halt fest so lang. Krabbel hoch. Okay, da geht's hoch. Und dann rüber, irgendwie, ohne sich wehzutun. Wie bist du denn eben hier rübergekommen? Oh, Hase. Warte, ich muss einen Schritt zurück. Juhu! Klasse! Nochmal? Ja. Mama darf wieder ziehen. Boah! War das okay? Ja. Warte. Hey, du, bleibst du hier? Bleibst du hier? Hanna möchte jetzt einmal hier über diese Wackelbrücke gehen. Oh, wow. Nicht wackeln, okay? Ich wackel nicht. Das ist schon sehr stern, Wackelbrücke. Gleich hast du die Hälfte schon im Saft. Hanna macht das spannend, ne? Ich guck gerade aus. Äh. Äh. Und jetzt? Richtig gut. Hanna im Spinnennetz. Boah, ganz schön wackelig, ne? Ja. Gute Nacht. 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 Aber da kommst du, glaub ich, nicht so weit, beinahe. Na ja, langt auch, ne? So, und hier jetzt hochklettern. Süße, hier kriegst du das hin und dann rübersteigen. Oh oh. Super, aber fall nicht auf der anderen Seite runter, ne? Oh oh, Hanna. Ich glaub, wir brauchen gleich mal was zu trinken, ne? Ja. Ich denk auch. Guck, guck. Tschüss. 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 Sehr beruhigend. Ja, wir wollen doch gleich mal was trinken. Ja, irgendwie. Hat er sich nicht eben bewegt? Nein. Doch. Da hat er sich bewegt. Nein, der Große hat sich auch bewegt. Der hat sich auch bewegt? Gibt es sowas hier? Wie gibt's Lars? Schlucki, der hat sich doch eben bewegt, oder nicht? Ja. Ja. Ah, jetzt? Dann, wenn ich weggehe. Dann, wenn ich weggehe. Okay, jetzt macht der schon mal mit immer. Nee. Hier ist ein Bewegungsmelder. Ein Bewegungsmelder? Ja, hier. Ach so, wenn jemand da lang geht, oder was? Genau. Oh, und die kleinen Hände. So, wir haben Durst, haben uns jetzt grad was zu trinken geholt. Und direkt auch mal Mittagessen. Ja, einer von uns hat grad gekleckert. Ich will das nicht. Ich würd sagen, du gehst mal an die Kasse und bittest mal um ein paar Servietten. Die Fliegenservietten bei dem Keller. Oh, okay. Holst du welche? Hanna hat nämlich ein Slash. Und die Hälfte liegt daneben. Es gibt Mittagessen. Hanna hat Pommes. Ich hab ein Knoblauchbrot. Da läuft ein Live-Steam. Aber der läuft auch im normalen Fernsehen. Wo ein Burger. Ein riesen Luftkissen mit großen Gymnastikbällen. Weg ist sie. Weg ist sie. Weg ist sie. Weg ist sie. Weg rein, Papa. Nee, ich glaub nicht, dass das. Bis 10 Jahre nur. Nicht für Erwachsene. Ich darf nicht rein. Ich bin schon über 10. gehen. Eigentlich balancieren, Süße. Nee, so. Wir haben hier schicke Socken gekauft. Anti-Rutsch-Socken. Ash und Hanna wollen nochmal diese geringelte Rutsche runterrutschen. Ich trau mich da nicht. Ich hab Angst. Ich bleib stecken. Zurück! Ah! 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 Wow! Sag mal! Wir brauchen Rutschi! Ah! Ah! Und ich glaub ich für Ash. Ah! Dich hört man zumindest immer, wenn du kommst. Ich bin unten! Boah! Du bist immer ganz leise und Ash ist immer ganz laut. Der ist nochmal hoch. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Ein Gentleman. Ich komm nicht da unten an, äh, jemand muss noch weiter fahren. Super! Komm, du kommst runter alleine. Komm, du kommst runter alleine. Höher kriegst du nicht alleine, Hase. Anna, hast du runtergerutscht? Nein! Die sind schon in Richtung Tretauflos. Ach so, ja. Aber die rutscht ja irgendwo hoch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hier ist jetzt so ne, oh, ihr seht mich gar nicht, so ne Go-Kart-Rennbahn. Max fährt schon los. Hanna sitzt schon auf Startposition. Nummer 11. Meine Mutter braucht jetzt Schlüssel. Da kommt sie! Rennsemmel Hanna. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sie lichtfass beim Fahren, ne? Kamera am Steuer. Ich muss gerade von einmal nicht aufhören. Es ist gut, dass du den Gino nicht mitgenommen hast. Die Mama fährt. Los! Wer schneller ist. Flow steht aufopathen. Google nicht anfass, viele Leute. Main nach phobohrer. Huht fan der Farmer. chưa, leiset? Lengage, los! Okay. Drive. Put, rein. Zeit. Kreiert, gun, schres. Ja, wir wollten uns verabschieden. Wir hatten einen schönen Tag in der Fun-Arena mit Tip-Tap-Tube. Wieso bist du denn so heiser? Viel gebrüllt. Die Kinder haben noch Energie. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Bis zum nächsten Mal.